willkommen bei mir auf dem kanal ich bin mit dem ritual schon durch wie ihr gerade seht weil ich hatte das video an den etappen aufgenommen zwischendurch ist mein spiel gecrasht und da hat die erste aufnahme nicht vervollständigt und somit wollte ich eigentlich noch sagen was jetzt gleich kommt und zwar machen wir die rituale einmal den adler und einmal dem wiko wir haben uns eingezähmt aber das seht ihr dann gleich alles wie gesagt so wie dafür ich habe das zu spät gesehen dass sie aufnahme gecrasht waren sonst hätte ich die welt noch mal hochgeladen und hätte immer angefangen ja dann viel spaß so haben wir unseren ersten pappageien wir sind keine ahnung ich bin jetzt eine stunde drum gelaufen kreuz und quer und ja hier haben wir unseren ersten so wie denn die sammeln nicht oh sorry Nein, nicht einfach! Nein! Ich mag dich doch so schön! Warum holst du ab? Warum krieg ich es denn nicht? Warum schicken wir mal Weizen an? Der ist nicht zu viel! Da ist er damit! Yes! Jetzt schnappen wir ihn! Hier sieht der Mod drauf! Und da haben wir ihn! Jetzt müssen wir irgendwo Richtung Westen da durch! Hier ist noch schön etwas gesammelt unterwegs! Wieso kann ich das nicht aufmachen? Na gut! Wir sehen uns gleich noch wo daheim sind! Und ja, ich hole dann gleich noch einen! Und dann können wir das Ritual machen! Bis gleich! So, da sind wir wieder! Zweiter haben wir auch! Der erste ist schon da! Der zweite ist auch grün geworden! Aber das ist ja relativ! Und das war so ein bisschen Naja, nordöstlich! Würde ich sagen! Oh, da haben wir gerade rum! Da müssen wir noch was essen! Da essen habe ich echt viel verbraucht! Das war Wahnsinn! Und irgendwie, ich weiß nicht warum! Mir ist es schon aufgefallen, wenn ich den Server starte und stoppe! Weil ich habe ja noch andere gelaufen! Ähm... Verlieren die Tiere immer die Leiden! Bis auf... Ich weiß noch nicht, woran es liegt! Ich hoffe jetzt, dass mein Papagei da ist! Ja, der ist da! Sehr schön! Der sitzt da! Ich setze mal hier daneben! Die sitzen beide! Sehr schön! Dann können wir nämlich jetzt das Ritual angehen! Das ist echt heiß! Aber erstmal müssen wir so ein bisschen leer machen! So, das holen wir mal hier rein! Mit den Würmern habe ich dann noch was vor! Das habe ich mir noch mal mitgenommen! Ich weiß noch nicht, ob ich es brauche! Ich habe hier noch ein kleines Hittchen gefunden! Aber wir hängen das Ding einfach mal hier hin! So, zack! Kann man da diese auch rein tun? Hört mal dessen! Achso, die stehen immer so... Na ja, gut... Ja, das gefällt mir! Also, kommst du da hier rein! Hier haben wir noch mal Nahrung! Hier haben wir noch mal Sonstiges! Sonstiges ist gleich voll! Okay! Black Beer! Ah, den kann man zerlegen! Das kann man zerlegen! Ähm... Nahrung! Ich habe mir jetzt erst mal vorgenommen, das Fleisch erstmal nicht mehr zu braten! Weil ich nämlich noch mal anderes Rezept gesehen habe! Und dann noch mal genauer gucken muss! Aber ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf! Ja, Spuseblinker haben wir mitgebracht! Ein bisschen Kaktus hatte ich mir mitgebracht! Ich habe also so ein bisschen was von jedem! Und... Ja, ich würde sagen... Ich bereite das Ritual vor! Äh... Meine Plättchen haut schon wieder ab! Es wird schön hier! Ah, schade! Es kommt noch nicht hoch! Ah, ich weiß ja! Wie gesagt, mit den Dings weiß ich noch nicht, wie ich es mache! Kann ich denn eigentlich Sachen down? Ne, da steige ich sofort auf! Schade! Na gut! Hätte ja klappen können! Gut! Wie gesagt! Ich mache das Ritual! Beziehungsweise brauche ich das Buch eigentlich nur! Das braucht man eigentlich gar nicht! Äh... Material sind so... Nettig! So! Gucken wir mal ganz kurz! Zeremonie! Das war der Eagle Dance! Und... Ich brauche nur die Rasse und Wind spielen! Ein bisschen Musik! Das sollten wir eigentlich hinkriegen mit dem was wir haben! Aber... Wir müssen ja die Adler noch tamen! Und die Adler tamen geht mit Fischies! Da gehe ich nicht mal hier runter! Weil ich habe nämlich... den Strainor extra... Dings reingebracht! Ach nee! Aber noch nicht! Fuck! Dass ich das jetzt erstes machen würde! Ah! Das habe ich auch wieder dran gedacht! Das machen wir auch gleich, ne? Ich hoffe, dass das dann noch relativ zügig geht! Wenn ich gehe so schnell ein bisschen angeln um! Und zwar... Bei... Nein, nicht! Bei... Äh... Wo ist es hier? Indie wollten wir machen! Da brauchen wir nämlich nur ein Netz! Das macht glaube ich nicht mehr! Und wir brauchen nur ein Flower Pot! Das sollten wir eigentlich hinkriegen! Strings, Hammer! 1, 2, 3! Äh... Blöcke... Clay haben wir natürlich glaube ich nicht mehr! Neee... Haben wir... Ach ja! 1, 2, 3! Jetzt fangen wir schnell mal durch! Äh... Da muss ich erst mal gucken! Wenn ich jetzt versauge... Wo könnte ich die machen? Wissen Sie, die könnte ich nämlich nur hier drinnen machen! Okay! Ich habe zwar einen Ofen... Also beziehungsweise wir hatten ja einen Ofen! Aber den habe ich ja genommen... Für die Porzellanen... Naja... Ich sag mal... Kleine Tinkerschmelze! Und... Ja... Reizt mich eigentlich nicht so ein normaler Ofen! Also ich finde... Das Ankel von Tinkers und das Porzellanen wesentlich schöner! Deswegen werde ich das so lassen! Und mit den normalen Öfen... Also ich hätte nicht vor damit zu arbeiten! Aber... Ja... Das baut was mal ab! Vielleicht müssen wir es ja vorher machen! So... Auf alle Fälle wollen wir jetzt erstmal den Boomtopf bauen! Dann wollen wir den Strainer bauen! So... Strainer! Boomtopf! So... So... Und was... Äh... Max... Brücken wir effiziente Schriftformo-Informationen... Weil ich habe nämlich erst probiert, die Würmer da rein zu machen! Weil dann nämlich auch dabei steht, dass das da viel ist! Aber es geht nicht! Also entweder haben wir das noch nicht freigeschaltet... Oder es funktioniert einfach nicht! Was natürlich sein kann, dass das jetzt hier... Auch nicht mehr funktioniert! Oder müssen wir beides rein tun! Nee... Das geht nicht! Es geht einfach nicht! Ich weiß nicht warum! Und hier nochmal raus! Dann kann ich auch noch irgendwo hinstellen! Okay... Also er ist wirklich nur dafür! Weil wir brauchen ja normal die Würmer! Aber die Würmer gibt doch... Gibt doch... Gibt doch... Gibt doch... Das ist ein Gartentwurbel! Du Gartenwurrungs! Gartentwurbel! Ah! Ich habe das Verkehrte genommen! Dann brauche ich mich noch mal schnell! Gut... Dann wird die Folge 2-3 Minuten länger! Ich meine... Das geht ja ein bisschen schneller! Das Ritual! Das wird ja nicht ganz lange dauern! Und wie gesagt... Dann gehen wir mal schnell selber machen! Was braucht man? Ein Spiel denn? Ein Stick! Und eine Erde! Eine Erde! So! Wo ist denn? Haben wir eben gesehen! Also so! So! Und das steht da! Wir sollen damit... Erde bearbeiten! Also gucken wir mal! Ich mach auch den Weg raus! Dürft! Nochmal... Ich dürfe wieder gar nicht vor... Ach! Dürft! Aha! Halt! Dürft! Ne, Dürft! Dürft! das muss man ja erstmal wissen 15 stück das hätte ich schon viel früher machen können ich dachte wir müssen also so regenwärmer und so hier einpflanzen in den komischen brittich aber das ist doch der geht wie sie ja dann heißt es noch was warten gehen wir kurz schlafen dann machen wir das ritual also beziehungsweise holen uns ein paar fische die ich ein bisschen jagen schnell und ich denke mal das jagen ja das werde ich wieder offscreen also ja ich werde kurz aufnahme stoppen und wir sehen uns gleich wieder wenn ich vermisse jagen bis gleich so dann haben wir jetzt eigentlich alles für unseren eagle dance also wir brauchen die rasse und das winchspiel das gehen wir jetzt mal an und zwar erst mal rasse winchspiel eagle dance da haben wir es ein bisschen rasseln hier oh oh ja reicht das ein bisschen blöden oh ok ok das reicht nicht so was kann man denn noch machen hm hm was kann man noch nicht schläge schnade jingeltress 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 so kann man ruhig mal machen das jingeltress so Terex da Sandlo so so ja so so geht nichts ähm wir machen jetzt vielleicht noch ein paar winchspiele und wir machen jetzt den jingeltress ja also Knochen Schocker Canes ich hoffe nicht haben wir genug ich hoffe ich muss halt meine auch genug haben aber ich hoffe ich muss halt meine auch genug haben ja ähm so und ach sie habe ich eben unten gesammelt genau da sind wir jingelt so drei stück 1 2 3 so und da brauchen wir noch Strings 1 2 3 so die Schocker Canes brauchen wir noch ne halt jingeltress wollten wir mal so jingeltress hammer und dann machen wir noch 1 2 von den gewinn spielen da brauchen wir eigentlich nur noch Strings Blend und Steckchen so dann kann man natürlich nicht mehr das ist natürlich nicht schön Steckchen haben wir so ähm das habe ich ja schon so zwei mal drauf gedrückt ah dann drückt sie davon ok gut zu wissen ach sowas dazu gehört man lernt halt nie aus ähm ich brauche noch mal dieses dieses frame ding nach wie hieß denn das ach das ist so schlimm das ist so schlimm das ist echt so schlimm das ist echt so schlimm wie hieß denn das frame bei bei meinem Buch gucken da haben wir es jetzt unten genau Inja äh 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 näsch ist das denn äh Mensch da haben wir es gut das haben wir auch in zwei Stück in zwei ähm so nochmal das ich brauche noch ein bisschen Kwebel sag mal nochmal eigentlich auch mehr als genug und nehmen auch gleich alles weil ansonsten müsste ich jetzt nicht viel was für Kwebel brauchen äh und das ist auch schon so gleich kaputt das passt äh ich hab jetzt noch mal ein paar zack zack aber wir wollten ja noch so ein bisschen äh 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 da haben wir was brauchen wir noch Sticks ach Strings brauchen wir noch Strings kann man auch gleich noch wieder gebrauchen aber nicht mehr viele hier machen wir uns hier machen wir gleich mal zwei oder dann machen wir gleich drei Stück eine Twam machen wir uns noch ja machen wir uns noch mit Twam da brauchen wir schnell einen Leder so wird das mit den Schuhen ziemlich schnell ein Leder ein Leder ein bisschen Mut der kann ja Mut bringen ja ne die röntgen noch was da ne ach hier haben wir noch ach nochmal hier hätten wir jetzt auch noch aufräumen hier das ist ja wieder in der Kral hier ähm erzähl ich noch eine Twam wollte ich noch machen Twam Hammer genau so dann römer es wahrscheinlich ein bisschen auf so das das sonst ziehen wir das machen jetzt regnen wir auch mit weg hier das Leder will ich nachher noch weg machen genau das hier mit rein das chingelt das ziehen wir an schade wir hörten gar nicht aber wir sehens ah ok oh erstmal schlafen 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 haben wir echt alles im Kopf haben hier hier noch einhören hier noch einhören hier noch einhören und dann würde ich sagen machen wir das nochmal schnell also shift rechts gleich halt shift hier hier und dann haben wir ein bisschen bewegen ein bisschen Blöte spielen ok die Trams sind aus so ein bisschen bewegen jetzt sagen wir nicht das reicht nicht hätte ich es schneller machen müssen ich hätte das glaube ich schneller machen müssen ich muss mich mehr bewegen ok dann machen wir das Event nochmal also hier das Ding nehmen wir mal an die Offense und dann hier ah nein dann singen wir ja schon scheiße also nochmal da wo schmeißt das raus wieso geht das jetzt nicht jetzt spinnt irgendwas das ist das das ist ein Bär geht holen wir uns komm her mein Bär komm her ja komm her ja ah hauah hab ich Angst hauah er kriegt uns hier und den Baum nicht ja ja fast wir cheaten ne Da kann ich nicht so für, wenn der so groß ist. Da kann ich auch nichts für, wenn der so groß ist. Eine. Eine, eine. Brauchen wir nur noch drei Stück. Ich finde echt keine Bärden. Ich weiß nicht warum. Das nervt mich ein bisschen. Gut, jetzt aber noch mal. Links. Weg. Rechtsweg. Ja, und dann. So, hier geht sie mir. Hm. Ich krieg das gerade nicht hin. Warum nicht? Ah, das ist blöd. Dann machen wir uns die halt noch. Dann haben wir halt noch eine. Das nervt mich. Warum kriege ich das nicht hin? Was will ich denn hier noch machen? Hm. Gut. Wollen wir mal ganz kurz gucken? Gleich wieder da. So, gut. Wir versuchen jetzt einfach nochmal. Ich hoffe es funktioniert jetzt. Und ja. Testen wir mal. Und zack. Und da ist er. Wir spielen die Tramps bis es nicht mehr geht. Zwischen wir flirten noch mal ein bisschen. Jetzt gehen die Tramps nicht mehr. Da ist vorbei. Warum ist der vorbei? Ich kriege es nicht mehr hin. Für mich weiter. Ja. Mann. So. Jetzt. Ein letztes Mal versuche ich es. So. Und hier. Und dann Offland. Und dann. Und dann. Und dann. Die Offland. Das. Und die Offland. Das. Das haben wir glaube ich schon ein bisschen zu spät gestartet. Ja. Wenn nicht ist es noch. Ja. Aber das sieht doch schon wesentlich besser aus. Ich habe mich gerade gesehen. Ich habe immer auf die Offland gedrückt. Und. Ich habe dann gesehen. Dass meine. Offland überhaupt nicht gelegt war. Oh. Da ist mir dann trotzdem noch nichts. Ey. Hier geblieben. Wieso haut der jetzt ab? Wieso hauen die jetzt ab? Wieso? ¿Wieso? Ja. Wieso sind die jetzt abkommen? Nein, wo sind die jetzt? Oh nein! Sieht man! Ich sehe ihn einfach nicht mehr. Und ich will doch mal ganz kurz in der Hoffnung, dass ich ihn gleich wieder sehe. Jaja, auf der Schulter. Die kriege ich nicht auf der Schulter runter. Ok. Gut, jetzt kriege ich ihn von der Schulter wieder runter. Sneaks, friends. Ah, jetzt weiß ich doch nicht, welche Modgar zu ist. Ah, ich hatte halt echt heute noch Probleme hier. Ich habe hier noch einen linken Stück. Das ist ein nütz. Ach, das meiste braucht man ja hier eigentlich gar nicht. Oh, hier muss ich mich echt noch beschäftigen. Ah, hier sind so viele Dings. Das ist Wahnsinn. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß es nicht, wie ich ihn hier rumbekomme. Hilfe! Was ist, wenn ich ihn einfach auf mir drauf lasse? Aber im D-Lack habe ich nichts zum Beagle, ne? Ich weiß auch gar nicht, wie ich ihn aufgenommen habe. Ah, das nervt mich doch jetzt schon wieder. Gut, ich muss mich mal ganz kurz auf der Ruhe fahren. So, na gut. Ich hätte mir natürlich alles durchlesen sollen, von den Papageien, wie man die Zähne überbohrt. Wie gesagt, für mich auch das erste Mal. Ich brauchte nur die Brut runterziehen und brauchte da von der Kante da reinhüpfen. Und dann ist ja von ganz alleine runtergeflogen. Aber wie gesagt, wenn man das nicht weiß, also sorry. Also, jetzt machen wir es nochmal. Also, einmal hier. Dann... Ich blick mal hier rüber. Wir machen hier. Wir machen hier diesen. Und dann bewegen wir uns hier ein bisschen. Das kann das schon doch zu langsam sein, ne? Das kann doch schon doch zu langsam sein, ne? Das kann doch schon doch zu langsam sein, ne? Ich glaube, das war nicht so weg. Das war ein bisschen zu langsam, ne? Okay. Leider nochmal. Okay. Also. Noch einmal. Rechtsklick hier. Dann... Rechtsklick hier. Schnell öffrücken. Und dann kann man loslegen. So. Muss irgendwie schneller werden. Irgendwie muss ich ein bisschen schneller werden. Und... Lass uns das schaffen da her. Alles komm, jetzt sieht so gut aus. Ja, da haben wir es. So. Jetzt zählen wir die schnell. So. Nicht reicht mir ein Fisch. Da ist es unser. Das Ding. Ähm. Aber dann wollen wir keinen Fisch mehr haben. Wollen wir den eigentlich was anderes geben? Das haben wir noch. Ja. Das würde ich ihn eigentlich nicht geben. So. Wenn ich dann noch welche besuche. So. So. Habe ich keinen Fisch mehr. Scheiße. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell aufgebrocht wird. Irgendwie brauchen die extrem viel. Zum Thema ist es mir eben bei den Papakain schon aufgefallen. Ich habe mir, glaube ich, die schlimmsten rausgesucht, die ich finden würde. Also schnell wieder hoch. So es kommt. Die... 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 Wo bist du denn? Da ist er. Da bist du. Und zwar. Dannше mourn wir uns. Ah da hieß es uns. So. Dann. Stell ich aber hier. Das Ding. Dann отправ dich mal. Und zwar geht das mit denen, nein nicht mit denen, da brauchen wir ihn hierfür. Einmal, zweimal. Und da schmusen die zwei. Schilling, Schilling. Ja, und da haben wir unseren Igel. Äh, Igel. Ja, ja, ja. Doch, Igel, Igel, das glaube ich ausgesprochen. Ich weiß jetzt, ich glaube nicht so genau. Sorry, falls ich das falsch ausspreche. Aber ich glaube, das war so. So, dann würde ich sagen, er hat gut an. Er hat auch gut an? Er hat auch gut an, gut. Ich würde sagen, ja, hau mit. So, setz dich mal da hin. Machen wir mal die Tür zu. Sorry, Kleiner. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wirklich. So, zack, zack. Da fahren wir hier rein. Hm. Ah, hier genau. Wir haben ja noch eine Karte irgendwo. Nach zwei haben wir fünf. Na gut. Gut, und somit können wir uns jetzt die Igelbauten machen. Aber eigentlich nur... Ja, das war's schon. Das war ja easy. Ja, das war ja echt easy. Ja, das war ja echt easy. Aber ich muss hier echt irgendwie nochmal ein bisschen Platz machen. Ich muss einfach mal was wegschmeißen. Ich muss einfach mal was wegschmeißen. Hier. Hier brauchen wir nicht... Ach, jetzt bin ich einzig wegschmeißen. Alles wegschmeißen. Danke. So. Die Fehler, die müssen wir dann mal wegräuben. Aber jetzt schauen wir erst mal... Nochmal. Wie der... Zack, nein, 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 nein. Oh, wie hieß denn der? Dann hieß der Zack, die Dance-X. Nein, das ist die Woche nicht. Ah... Ah... ... 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 Ich sehe jetzt echt nur wieder, aber ich klicke schon nichts aus. Dafür brauchen wir Windspiel und die Igelbohnen und sehr viel muss sehen. Also wenn ich das sehe, fünf Stück, da wird mir schlecht. Da wird mir echt schlecht. Ich probiere das hinkriegen. Also. Aber was wir probieren. Stift rechts klick hier, Stift rechts klick hier und Stift rechts klick hier. Und dann geht es schon los. Jetzt gehen die Dinger nicht mehr. Bisschen mit der Rasse hier spielen. Guck, 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 guck. Da stirbt doch. Au! Au! Nein, nie geblieben. Hier, hier, hier. Hinsätze. Sacki. Schöne Sätze bleiben. Söding. 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 Und damit haben wir unseren Bogen. Ja, jetzt ein dicker fetter Leck. Boah, ist ja gut, nicht ein dicker fetter Leck. Und da haben wir wieder, ja, ich bin auf die Stacheln gelaufen. Ah, Mann, 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 Mann. Und deswegen brauchen wir auch nicht. Schmeiß wir die Wege weg. Ich schätze erst ab und sein. Ich musste jetzt. Also nochmal. So, damit haben wir es. Damit haben wir unseren Bogen. Sehr schön. Aber schon mal eine richtig schöne, ja, eine richtig schöne Kernwaffe. Ich muss jetzt doch gleich mal gucken, was die Pfeile passen. Ähm, ein paar haben wir ja. Oh, flimmt. Die machen schon mal zwei Damage. Die machen ein Damage. Gucken wir einfach mal. Äh, wow. Da haben wir. Äh, was sind die? Das geht ja eigentlich. Das ist ja wie diesen. Das geht ja genauso. Wir kriegen sechs Stück immer raus. Das ist doch nice. Das ist doch nice. Das ist doch nice. So, die Teile. Ich setze die erstmal hier mit rein. Ich mache meine ganzen Music Instrumente auch hier mit rein. Also, IGNIR. Die kommt da hin. Ich jetzt noch ein Musikinstrument. Das kommt hier noch mit rein. Falls wir ihn nochmal legen sollten, ich weiß es noch nicht. Dann weiß ich ja nicht, was noch kommt. Ich schicke das mal hier mit rein. Und das mit dem Ding skippeln. Ah, oh. 14. Woah. Hoffentlich kann man das Ding auch aufhören. Ja, hoffentlich kann man das Ding auch aufhören. So. Jo, gut. Auf alle Fälle. Wir haben zwei Rituale heute gemacht. So. War ein bisschen schwer. Das eine. Ja. Sorry dafür. Aber wie gesagt, das ist mein... Ich bin so, ja, ein Bewegungslegistratiker. Sag ich mal dazu. Ich bewege mich ungern. Und... Also zumindest spielen. Und... Ja. Diesbezüglich war das so ein bisschen kleines Fail. Aber wir haben es ja hingekriegt. Zum Glück. Okay. Und ja. Äh. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und... Ja. Wie gesagt, ich hoffe ja, dass ich täglich... Also ich versuche es wirklich täglich zu machen. Mein Mann verkrafts nicht. Äh. Morgen weiß ich noch nicht, wie ich es aufnehmen kann. Aber ich denke mal, das werde ich hinbekommen. Gegen Abend dann. Also sorry, wenn es ein bisschen später kommt dafür. Aber ich gebe mein Bestes. In diesem Sinne. Reingehauen. Und wir sehen uns. Tschaui.